Erzieher Azubi Philipp B. 19 sitzt seit einem Monat in Untersuchungshaft. Er hat den Missbrauch von 5 Mädchen gestanden. Die Staatsanwaltschaft wirft B. Sogar Missbrauch von 9 Mädchen, 4 bis 6, und Besitz von 48 kinderpornografischen Bilddateien vor. Das Protokoll der Kita-Schande von Bischberg, Bayern, Bild kennt die schlimmen Details der Anklage gegen B. Sie legen den Verdacht nahe, dass der Träger des Kindergartens am Vogelberg die Übergriffe vertuschen wollte.